Hallo liebe Freunde, ja, ihr wundert euch erstmal bestimmt über diese komische Käppi, das hat nichts zur Sache, ich bin gerade jetzt aufgestanden, dementsprechend sehe ich meine Haare aus, deswegen habe ich diese komische Käppi aufgesetzt, um sie zu verdecken. Was ist noch zu sagen? Ja, das hier ist ein neues Format. Ihr seht hier auf dem Display, also hier ist mein Controller so, in die Hand genommen. Nebenbei, jetzt mit einer neuen Facecam, meine neue Facecam ist eigentlich meine Kamera, die ich jetzt als Facecam benutzen werde, weil Standardwind besser schneiden kann. Es werden jetzt auch etwas mal so einige lustige Videos kommen, so like-geschwissen, wie so Roadtusche und so weiter und so fort, deswegen die Kamera. Ja, so, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier das Konzeptmannschafts-Dings-Punkt auf. Und das neue Format, das ist, ja, wie soll ich sagen, ähm, Justin hat mir was geschrieben, was ich für einen Squad bauen soll. Ähm, ich muss dieses Team jetzt bauen. Wie, wie es aussieht, das werden wir jetzt sehen. Ja, und das Team, was ich bauen muss, ist ein, ähm, Barclay-Team. Ähm, Brasilianisch und, äh, Spanisch muss drin sein. So, dann wollen wir jetzt auch richtig die richtigen Dinge brennen sollen. Wir fangen mal an mit, ähm, Digga, da muss man so einen Spieler vorgeben. Hat er jetzt nicht gemacht. Nun gut, ähm, weil er so dumm war und mir keinen Spieler vorgegeben hat, ist es für mich ja schon mal umso einfacher. Ja, und spanischen Torwart, natürlich Scream Squad Spieler durchsuchen. Jo, da war meine Katze einfach so eiskalt, eiskalt, ja. Oh, ich hab vergessen einzugeben, dass das ja nur Barclay sein soll, ja? Digga! Ja, warum sind die eiskalt? Ja, und dann natürlich der Reha. So, und jetzt ist die Entscheidung gef... So, jetzt erstmal hier. Genau. Es gab keinen... Ey, Digga, es gibt keinen Innenverteidiger. Ich war aus Spanien und aus... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und gut. Hier haben wir schon mal ihn hier. So, guck mal, Fabregas. Und dann hier ein Brasilianer hin. Na, guck mal, wer nennt denn hier. Okay, wen könnt ihr mal als Stürmer nehmen? Das ist jetzt die große Frage. Es gibt keine Masse, die andere... Ey, Digga, es ist... Ach, ich mach mal ein Sonnen hier, dann nehmen wir Soldado. Yo, Digga! Na, was? So, also jetzt die Innenverteidiger. Grote Frage. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen. Seht ihr? So macht man es einfach. So, natürlich muss ich jetzt für die Kompletation hier das mal ein. So. Ähm... Ja, komm. Stream Squad durchsuchen. Marta. Durchsuchen. Den hier noch. Durchsuchen. Ihn hier. Durchsuchen. Ach nein, nein. Den hier. Durchsuchen. Und den hier. Ja, wir haben wir im Sterne. Wir haben eigentlich das Team jetzt hier aufgestellt. So sieht das Team aus, was ich jetzt hier zusammengebaut hab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste Folge, äh, die nächste Folge wird dann von Justin sein. Bis dahin sieht man sich. Schaut raus. Peace. Out. 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 Out.